Oh Mann, die haben einfach meinen Lip Liner nicht mehr. Das war mein Lieblings-Lip Liner. Ach, ich schau einfach, ob's die Farbe noch von einer anderen Firma gibt. Hm, sind die gleich? Nee, ich glaub, das passt nicht. Ich hab genau gesehen, dass sie den hier geklaut haben. Der Lip Liner? Äh, das ist meiner. Den hab ich vorher aus meiner Tasche geholt. Halten Sie mich für blöd, die haben das gerade in die Tasche gesteckt. Nein, den Lip Liner gibt es noch nichtmals mehr. Verkäufe aber hin. Ich wollte nur wissen, ob's die Farbe noch gibt. Ob's den nicht mehr gibt, warum gucken Sie dann überhaupt? Ja, von einer anderen Firma. Ich hab das genau gesehen. Was gibt's denn hier für ein Problem? Edi, die hat was geklaut. Die hat einfach den Lip Liner in die Tasche gesteckt. Ja, ich hab einen Lip Liner und ich wollte wissen, ob's die Farbe noch von einer anderen Firma gibt, weil ihr die nicht mehr habt. Und ich hab meinen eigenen Lip Liner wieder in meine Tasche gemacht. Aber das ist meiner. Ähm, ja, da haben sie sich leider verschaut, weil diesen Lip Liner führen wir schon seit Jahren nicht mehr. Nee, 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 nee. Ich hab das ganz genau gesehen, dass sie den hier geklaut hat. Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Ähm, kein Problem, sie können ja nichts tun.